Was passiert in dieser Folge? Er kann sich keine Skins kaufen. Weg hier. Wir haben keine Freunde. Bitte, man kommt schon, bitte. Wir haben keine No-Skin-Seite, die 10.000 Freunde. Ich habe euch nichts getan. Ey, was passiert mit eurem Kopf, Leute, Schokolatas? Was passiert mit eurem Kopf? Was passiert in dieser Folge, meine lieben Damen und Herren? Ich habe mir gedacht, ich gehe einfach mal in meine eigene Map rein und schaue, wie die Leute sind. Und ja, hier bin ich als No-Skin. Ich bin sehr gespannt, wie ich aufgenommen werde. Auch im Jugendzentrum und so. Da sind ja auch immer sehr viele Leute, die chillen in der Map. Und ich bin echt gespannt, Leute. Okay, ist jemand hier schon drin? Okay, sieht jetzt nicht so aus, als wäre hier jemand drin. So, dann gucken wir doch mal. Doch, beim Jugendzentrum sind, glaube ich, welche. Alles klar. Ich sage denen einfach, ich bin hier neu eingezogen in der Stadt und so. Und ob die vielleicht mit mir befreundet sein wollen. Ich bin ja gespannt, was für Leute hier überhaupt drin sind. Das wird jetzt echt lustig, Leute. Ich bin voll gespannt. Alter Schwede, was passiert mit meinem Kopf? Alter, stell dir vor. Ey, ich bin aber, ich habe mich extra als No-Skin auch gekleidet, um zu gucken, wie die Leute reagieren. Das ist auch so ein Faktor, ne? Das könnte sein, dass die sagen, ey, Chocolata, was passiert mit deinem Kopf? Geh mal hier schnell raus. Boah, aber ey, das könnten auch voll die korrekten Leute sein. Wir rein jetzt mal. Ah, hier ist doch das Jugendtreff. Okay, perfekt. Ich gehe einfach rein, so halt aufentspannt. Äh, 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 äh. Hallo? Hallo? Wer ist eigentlich der, wer ist der Leiter vom Jugendzentrum? Du bist der Leiter, du bist die Leiterin vom Jugendzentrum? Ja. Ach so, ja, ich, ähm, bin hier neu in der Stadt und deswegen wollte ich vorbeikommen und, äh, halt im Jugendzentrum ist ja jeder willkommen. Deswegen dachte ich, ich komme ja mal vorbei und stell mich mal vor, also ich bin, ich bin der Manuel, ich bin 15 Jahre alt und ich spiele echt gerne Roleplay, so ich würde gerne mit euch mitmachen. Ja. Ähm, ich glaube, das hört heute nix. Wir haben halt viel zu tun und so. Ja. Ich glaube, es ist auch. Ne, ich will nur beim Roleplay mitmachen. Also, also, was heißt beim Roleplay mitmachen? Ich will einfach so halt im Jugendzentrum halt chillen. Was steht ihr euch mal so? Freunde finden und so. Äh, ich glaube, heute wird das nicht. Wir haben halt sehr viel zu tun. Ja. Was meint ihr das? Meint ihr das ernst? Ich kann nicht hier chillen, oder wie? Hier ist kein Platz mehr frei. Hä, das sind doch genug Plätze. Schau doch mal. Ja, wenn wir uns dann intervieren können, dann haben wir das. Hier sind wir schon mal. Wir brauchen das. Das ist ein Rezabier. Ey, ja, okay, ja, okay. Schade, Mann. Dann. Ich würde sie bitten, rauszugehen. Ja, tschüss, ne? Ja, aber warum? Ich verstehe das nicht. Alter Schwede. Wir wollen halt mal alleine sein, so. Ja, okay, okay, okay. Ich will schon mal Rezabier. Ja, okay, Schokolade. Ey, Leute, pass auf. Der soll nicht wiederkommen. Ich will nicht. Ja, aber der ist ein Nostling. Der kriegt Geld. Der kriegt Nostling. Der hat Kling. Der hat Kling. Voll der Loser. Der kann sich keine Skins kaufen. Ey, weg hier. Alles gut, ich bin doch schon. Ich gehe schon weg. Ich gehe schon weg. Ey, entspannt euch doch mal. Was passiert mit eurem Kopf, Mann? Nur weil ich Nostling bin, oder was? Ja, ich gehe weg. Ist das so? Ernst? Nur weil ich Nostling bin, oder was? Geh weg. Ja, komm zum Kleinen. Digger. Was ist los mit euch, Mann? Hört mal auf, Mann. Ich kann sich mal irgendwas kaufen. Ey, ich werde... Entweder gehst du weg, oder wir verfolgen sich wie Türkisch. Ey, ich werde euch melden. Ich werde sagen, ihr spielt kein Rollplay richtig. Und ihr seid rassistisch, sage ich. Fünf Euro für ein Skin auszugeben ist nicht schwer. Ja, aber trotzdem, schau mal. Ey, du bist sogar der Leiter von Jugendtreff und du lässt mich nicht da rein. Was ist mit euch los, Mann? Ganz ehrlich. Ja, wir müssen Nostling. Ich bin kein Vollgas. Ja, aber ich meine... Ja, aber guck mal. Ich meine, was hat es damit zu tun, dass ich bei euch nicht reinkommen darf? Also ich meine, ist es so schlimm, ein Nostling zu sein, oder was? Ja. Was denkst du, dass deine Klamotten schlägt? Wann hast du letztens die gewechselt? Wie, wann hast du die zuletzt gewechselt? Alles nach Känsel. Schokolade, was passt denn mit deinem Kopf? Was labert die, Alter? Ihr findet ja voll die Sachen. Oh. Hallo? Oh. Ey, was geht? Nein. Komm mal weg. Weg, weg. Weg, weg. Weg, weg. Weg, weg. Weg, weg. Ey, was passiert hier mit euren Kopfschokoladas, Alter? Wir haben doch gar nichts gemacht. Wir wollen hier nur in deinem App chillen, Mann. Ja, Nostling. Bist du das Gefühl? Nein, geht mal weg. Seid glücklich, dass ihr mich rumdrehen könnt. Ja, Alter, Bro. Was passiert mit deinem Kopf? Sei du froh, dass du... Dass du mit mir reden kannst, du Schokolade. Ey, warum machst du eigentlich Nates nach? Die ganze Zeit deine Sprüche und so. Wie, was machst du Nates? Darf ich doch, oder nicht? Nein, nein. Das ist nicht der erste Nates. Trotzdem... Ey, Jungs, komm. Bitte, ich geb euch sogar eine Pizza. Ich geb euch sogar eine Pizza, Jungs. Wir haben selber Pizza. Da sind Pizza drauf. Da sind Pizza drauf. Da sind Pizza drauf. Ja. Und? Dann ess doch die Pilze. Die schmecken doch gut. Pizze doch, Pizze. Lass uns bitte in Ruhe. Wir haben was ganz gut gemacht. Die müssen wir machen. Ich schwöre... Er hat doch auch gar nichts gemacht. Ich habe auch gar nichts gemacht. Wie, die da ein bisschen nachgehst und verdorbene Pizza? Ey, komm. Wir suchen uns irgendwo ein Haus, Mann. Komm mal her. Geht mal weg hier. Oh, hart. Was passiert in dieser Folge? Mann, die mal umnutzen. Ihr seid broken. Das wollen wir nicht. Ey, aber was... Okay, okay, okay. Was... Was würde... Was denkt ihr, würde zum Beispiel die Community von Nates dazu sagen, dass ihr Nosekins mobbt? Die finden das gut. Nein, Schokolade. Was passiert in dieser Folge? Ich finde das gar nicht gut. Ah, komm, ey. Komm, wir gehen nach Hause. Komm, komm, komm. Schnell, 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 schnell. Oh, endlich, Mann. Endlich sind wir da. Ich habe die Tür zugemacht. Oh, Leute, Mann. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Cholata. Ich bin auch heute neu in die Map reingekommen und ich dachte, ich finde neue Freunde und kann Rollpick spielen, aber dabei wurde ich einfach nur gemobbt. Ja, bei mir ist das jetzt auch so. Ich habe leider keine anderen Skins, sonst hätte ich ja andere Skins genommen. Was hast du für Skins? Warum hast du keinen... Meine Wunnen geklaut. Echt jetzt? Ja. Boah, schau mal, die sind alle dort beim Jugendtreff, Mann. Ich will auch da hingehen. Ich will auch. Komm, wir probieren es nochmal. Wir probieren es nochmal. Okay. Vielleicht können wir ja... Vielleicht akzeptieren die uns jetzt. Ja, vielleicht. Komm, wir sagen, ey, lass doch einfach Freunde sein und so. Ja. Boah, Leute, ich sage euch ehrlich, ich glaube, ich werde ihm jetzt erzählen, dass ich eigentlich Natives bin. Ey, soll ich dir was sagen? Ja. Guck mal, ich bin hier in die Map reingekommen, um zu schauen, wie die Leute reagieren, wenn ich Nose-Gaming bin, weil eigentlich bin ich Natives. Was? Oh mein Gott. Ja, ich... Chocolata, was passiert in dieser Folge? Du bist Natives? Ja, Bro. Oh mein Gott. Also, du kannst... Also, verarzt sie ja alle, um die zu testen, oder wie? Ja, genau, genau. Ich mach... Ich mach sogar ein YouTube-Video. Boah, geil! Ey, krass. Boah, ich küsse so dein Herz. Guck mal, schau mal... Und was machen wir jetzt? Wir gehen einfach nochmal dahin und schauen, was die machen. Und wenn die uns trotzdem nerven, dann werde ich meinen anderen Skin nehmen und dann werde ich meinen Namen anzeigen. Dann sehen sie, dass ich Natives bin, Bro. Auf Chocolata-Warsis. Und dann, ich sag denen, was passiert mit eurem Kopf, wieso ihr mobbt ihr Nosekins und so, weißt du, was ich meine? Let's go, let's go. Ey, hallo, Jungs? Ey, komm mal, bitte, 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 schau mal, bitte, nehmt uns einfach auf. Wir wollen einfach nur Freunde haben. Wir haben keine Freunde, bitte, man, kommt schon, bitte. Das ist, das ist auch ein Freund von mir, bitte, kommt schon. Wenn du keine Nosekis hättest, hättest du dir 10.000 Freunde. Ey, Jungs. Wenn du keine Nosekis hättest, hättest du dir 10.000 Freunde. Also, ist das, ist das... Bitte, lass uns auch einfach halt. Geht's da an. Wir haben euch nichts getan. Und wir machen, dass ich keine Nosekis hättest. Ja, komm, komm, gehen wir. Warte, komm, ey, wir ändern jetzt die Skins, wir ändern jetzt die Skins. Und dann können wir schnell Skin ändern. Aber ich hab doch keine Skins. Ah, okay, schade. Egal, ich ändere meinen Skin, okay? Diese Chocolata-Skin, was passiert in dieser Folge? Oh mein Gott. Der sieht richtig geil aus. Ja, das ist der Venom. Ich kann mich sogar verwandeln. Ich kann mich sogar verwandeln, schau mal. Oh mein Gott. Das sieht ja krass aus. Ja, ne? Typ. Und hat halt meine Skins geklaut. Und deshalb bin ich jetzt ein Nosekis. Ich bin mal früher in einer so RP-Map gewesen. Und dann wurde ich halt nicht aufgenommen, weil die Noten waren. Und die haben mich halt verprügelt und so. Die haben Pizze auf mich geschmissen. Was redest du mit Chocolata im Ernst jetzt? Ja, und ich hab immer noch so ein Trauma davon. Deshalb will ich, wenn das aufhört, dass man mich mobbt. Ich bin sehr traurig deswegen. Ja, Bro, ich weiß. Ich hab's denen ja ganz getan. Ja, aber zum Glück hab ich dich getroffen. Ey, ich küsse doch dein Herz. Ja, Mann. Ey, guck mal, ich adde dich sogar. Ehrlich? Ja, schick mir eine Freundschaftsanfrage. Dann nimm ich jetzt direkt an. Ich heiße Phantom und dann Nate ist einfach. Hab jetzt angenommen, schau. Oh mein Gott, wie cool. Ja, Chocolata, was passiert? Ich danke dir. Kein Problem. Ey, komm mit, komm mit, komm mit. Chef, wir gehen jetzt. Ich bin echt gespannt. Oh, Leute, ich bin so gespannt, Alter. Ey, was passiert in dieser Folge? Chocolata ist hier, Nate ist es hier, Nate ist. Ey, was geht ab, Jungs? No skin, gib mal weg, Alter. No skin, Chocolata. Geh mal weg, Mann. Geh mal weg, du No skin. Geh mal weg, Mann. Ey, No skin, geh mal weg, Mann. Ey, Jungs, kommt mal her, ich muss euch was erzählen. Kommt mal her. Geh weg, No skin. Kommt, kommt, kommt. Ey, Nate ist, wie geht's hier? Gut, und euch? Echt jetzt? War dein No skin, der hat sich jetzt nicht ausgegeben? Ich hab dich auch ausgegeben. Du No skin. Echt? Hat den... Boah, nein. Warte, sei mal, No skin krass, Leute. Chocolata. Boah, Jungs. Guck mal meinen Tanz an. Kommt, kommt. Ey, lass mal alle diese Tanz zusammen machen für den TikTok in einer Reihe. Kommt. Ey, ich hör die Nerven richtig krass, Mann. Ich schwöre, Mann. Ist halt so. Ey, was passiert mit eurem Kopf, Leute? Chocolatas. Was passiert mit eurem Kopf? Ey. Ey, Chocolatas, ihr lasst mich echt durchdrehen, Mann. Ich sag euch echt, ich... Was macht ihr? Warum habt ihr das gemacht, Jungs? Ihr seid doch Chocolatas. Ihr seid in der Chocolata-Army. Ihr dürft niemanden mobben. Ey, was denn? Was denn? Ihr dürft niemanden mobben, Jungs. Das ist verboten. Das ist Chocolatash. Weißt du, was ich mein? Das ist nicht geil. Schau mal, weil ich hab mich als den No skin ausgegeben. Aber No skin. Ja, ich hab mich als No skin ausgegeben und wollte wissen, wie ihr reagiert. Was ist mein Scheiß? Ja, und ihr habt leider verkackt. Warum habt ihr das getan, Jungs? Es tut uns leid. Es tut uns leid. Sorry, sorry, sorry. Ich hab einen Territ, ich muss mal gehen, ne? Ich muss gehen. Ja, alles gut, hau rein. Ich muss dann... Ich muss dann den Tisch ertrinkt, äh... Ja, der hat doch... Oh, Chocolata, was passiert denn hier? Ich spreche die an und die müssen auf einmal alle gehen und so. Alter, die sind ja richtig frech, Mann. Wo ist der andere No skin eigentlich? Die mobben den einfach. Wieso mobben die den? Ach so, ah, ihr entschuldigt euch grad? Ja, ja, wir sind schon gut. Ey, bitte hotdog. Wir sind für die Stadt auch No skin. Wir haben auch Blättern gebastelt. Bitte hotdog? Ja, bitte. Ey, Jungs, ich find's gut, dass ihr euch entschuldigt habt. Das find ich sehr schön, Chocolatas. Was passiert denn in dieser Folge? Ja. Dankeschön, ja. Ja, kein Stress, kein Stress. Ey, egal, wer hier in die Map kommt, Jungs. Ihr müsst die Leute gut behandeln. Das sind eure Freunde und das sind eure Chocolatas, okay? Ja. Sehr gut. Finde ich sehr schön, Jungs, dass ihr das so macht. Wenn ihr alle Spaß habt und alle positiv zusammen spielt, dann ist es einfach viel, viel, viel spaßiger, als wenn jemand schlechte Sachen verbreitet. Das ist halt nicht schön, macht auch keinen Spaß. Kommt sehr gerne alle auf die Map. Ihr könnt hier einfach in die Map reinkommen und spielen und einfach Rollplay machen. Da ist sehr gerne auch ein Like da, lasst ein Abo da. Ganz wichtig, meine lieben Freunde. Aktiviert die Glocke, weil ich bin jetzt momentan dabei, jeden Tag ein Video zu machen, wie ihr schon seht. Und ich bin wirklich dankbar an jeden Einzelnen von euch, der sich die Videos anschaut, der auch ein Abo da lässt. Das ist wirklich sehr, 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 sehr korrekt von euch, dass ihr das einfach anschaut. Und ich finde es schön, dass wir eine coole Community sind auf Chocolata-Basis und wir wachsen immer mehr. Und ja, deswegen, was passiert in dieser Folge? Haut rein, bis zum nächsten Mal.